Hallo, herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Bodensee Roadtrips. Wir fahren jetzt gleich nach Bregenz und schauen uns mal ein bisschen die Stadt an. Und wenn wir schon mal da sind, dann werde ich natürlich auch den Supercharger dort besichtigen, quasi als touristisches Highlight. Werd euch da mitnehmen, die haben ja 20 Stalls und sind auch sonst, glaube ich, sehr stylish dort. Ich schaue mir das an und zeige euch da mal, was da so los ist. Ja, hallo Leute, ich bin jetzt hier am Supercharger in Bregenz. Der befindet sich hier an der A14. Das ist quasi eine der haupt südlichen Routen von Österreich oder auch von Deutschland ausgesehen, Richtung Süden. Und hier sind beeindruckende 20 Stalls. Also ich weiß nicht, ob ihr das hinter mir erkennen könnt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also es ist ein riesen Supercharger. Es ist eine Art Ladepark. Da sind auch noch zwei Dual Charger, 50 kW und weiter hinten zwei Wechselstromlader mit wahrscheinlich 22 kW. Konnte ich so schnell nicht sehen. Also jede Menge Lader. Aber hier stehen im Prinzip momentan nur ein E-Golf am Schnelllader und drei, nee, zwei. Das war es, der eine Holländer ist jetzt schon wieder weg. Sonst ist hier alles leer. Und da hinten seht ihr noch so ein schwarzes, stylisches Nebengebäude. Das ist so eine Art Lounge, Aufenthaltslounge. Da kann man so rein. Es ist relativ dunkel gehalten. Da gibt es ein paar Automaten für Essen und Trinken. Keine Bedienung, alles nur Self-Service und natürlich Toiletten. Sonst ist hier relativ tote Hose. Also große freie Fläche mit so ein bisschen Hightech-Industrie rundherum und da oben schöne Aussicht. Aber es gibt sogar ein paar Bäume. Das heißt, ein paar Supercharger stehen im Schatten. Ansonsten brennt hier natürlich die Sonne. Aber das ist ja meistens so bei den Superchargern. Nichtsdestotrotz ist es wirklich eine beeindruckende Szene hier. Ich bin hier auch nur hingefahren, um euch das mal zu zeigen, weil ich muss nicht wirklich laden. Aber wo ich schon mal hier stehe und ein paar Videos mache, da habe ich mich natürlich angestöpselt. Okay, man kommt hier nur rein, wenn man einen Tesla-Pin-Code hat. Was ist denn wohl der Tesla-Pin-Code? Habe ich den? Kenne ich den nicht? Ich kenne den nicht. Aber wir können mal gucken, ob ich mit meiner Ladekarte hier Zugriff habe. Nö. Jetzt hat es gepiept. Ah, mit Maingau kommt man rein. Ja, solche Self-Service-Warte-Räume fürs Laden sind ja schon sehr interessant, muss ich sagen. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Es ist mir nicht bekannt, dass es in Deutschland sowas gibt. Da muss man dann halt zum Burger King oder in die Raststation oder zum Paulaner oder sonst was, was es da so gibt. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Ich finde, das finde ich eine gute Idee. Und dann schauen wir uns noch mal ein bisschen hier die Stadt Regens an. So, schöne Grüße aus dem Bodensee. Und jetzt fragen sich sicherlich viele, die mit Elektroautos sich nicht auskennen. Ja, wie ist denn das? Macht man sich jetzt irgendwie hier zum Sklaven von irgendwelchen Ladesäulen? Wie plant man denn so eine Tour? Ich meine, das sind jetzt wie viele Kilometer? Nee, 58 Kilometer, das heißt 100 Kilometer hin und zurück. Muss man da denn laden? Und wie voll muss ich sein? Ja, also die Sache ist die, da wir hier überall parken, wo Ladesäulen sind, ist der Akku hier fast immer randvoll. Also wir haben selten weniger als 60 Prozent im Akku. Und so auch heute jetzt sind es gerade 82 Prozent, mit denen wir hier losfahren. Von daher ist es sowieso völlig egal, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Aber wir haben natürlich schon geguckt in Konstanz, wo sind da Ladesäulen. Und das haben wir natürlich dann auch ins Navi eingegeben. Und die Ladesäulen sind ja eigentlich in allen größeren Städten so strategisch günstig platziert, dass sie eigentlich auch da sind, wo die touristischen Highlights sind. In diesem Fall wäre es in Konstanz die Altstadt. Und dort gibt es eben dieses Lago Shopping Center oder auch ein Parkhaus, Parkhaus Altstadt. Dort sind Ladestationen. Wir haben jetzt mal dieses Shopping Center einprogrammiert. Das ist fünf Minuten zu Fuß von der Altstadt entfernt. Also relativ günstig gelegen und man kann da, soweit ich das gehört habe, kostenlos parken und auch laden. Und da fahren wir jetzt einfach hin und schauen mal, wie sich die Lage verhält. Selbst wenn die Ladestationen dort alle belegt sein sollten, kann man sich noch Alternativen aussuchen. Und selbst wenn alles nicht funktionieren sollte und keine Ladesäule frei sein sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, dann parken wir einfach ganz normal wie jedes andere Auto auch, weil wir ja nicht laden müssen. Also wir können auch überall woanders laden, wo wir heute noch hinfahren. Das ist gar kein Problem. Also ihr seht, im Prinzip ist das völlig problemlos. Eigentlich fast ist es schon eher ein Privileg, ein Elektroauto fahren zu dürfen, weil man da in den Städten kostenlos parken kann, sehr zentral und auch meistens kostenlos Strom bekommt. Also da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, was dagegen spreche, mit dem Elektroauto in Urlaub zu fahren. Oh, hier sind übrigens eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Störche auf einer Wiese. Ja, okay, wir sind on the road und melden uns dann, wenn wir uns konstant nähern. Und wenn die Zeit noch reicht, dann fahren wir auch nochmal hier hin. Das ist die Insel Mainau und hier ist die Stromtankstelle mit dem Riesenparkplatz, wo der E-Cannonball startet. Wir sind jetzt hier doch im Konstanzer Parkhaus Altstadt gelandet, weil wir das andere, irgendwie dieses Lago nicht gefunden haben. Das war auch in der Schweiz. Hier gibt es vier, drei Elektroparkplätze. Und da muss man sich mit einer eher frechen Karte authentifizieren. Und ich probiere jetzt mal meine Stromtankkarte aus. Ja, funktioniert. Und rein damit. Stromtankkarte, die Waffe, das Universalwerkzeug, wenn es um Laden in Deutschland geht. Ah, zur Elektro-Tankstelle. Die Schranke öffnet automatisch. Ein bisschen verwirrend hier. In 200 Metern. Dafür hast du mich. Ich sehe solche Schilder. Das Karte befindet sich auf der linken Seite. Okay, das wird eng, Leute, beim E-Cannonball. Eine Stromtankstelle, so sieht sie aus. Auf dem Hauptparkplatz der Insel Mainau. Bingo. Also gehört ja zu den Stadtwerken Konstanz. Von daher war es mir auch klar, dass die Stromtankkarte hier funktioniert. Mainau würde wahrscheinlich auch gehen. Aber hier zahle ich nichts. Außer meine Flatbank. Der Platz ist hier aber riesig. Also 60 Autos können hier locker stehen. Wer will, kann hier vermutlich auch sein Zelt aufschlagen. Oder mit einem zusätzlichen Campingbus kommen. Okay, Laden auf der Insel Mainau. Beziehungsweise dem Hauptparkplatz auf der Insel Mainau. Das funktioniert. Mit der Stromtankkarte alles kein Problem. Und ich würde sagen, Michael, Owe, hier könnt ihr das Rennen starten. Platz ist genug. Ich hoffe, ihr habt am Ende noch ein paar mehr Steckdosen als diese zwei hier. Das müsst ihr natürlich selber organisieren. Aber ich drücke die Daumen, dass das hier alles klappt. Momentan ist das Wetter Bombe. Und ich hoffe, dass ihr Ende September auch noch ein schönes Wetter habt für heute. Das ist das Wetter Bombe. Ja, ich musste gerade eben 5 Euro berappen, um hier wieder rauszukommen. Obwohl ich das jetzt nur für eine Minute ausprobiert habe. Also ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch das zu zeigen. Ich hoffe, ihr seid euch darüber bewusst. Was für einen Einsatz ich hier bringe. Auch finanziell. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist Meersburg am Bodensee. Wir sind jetzt hier beim Neuen Schloss oben. Ganz oben auf dem Berg und haben einen fantastischen Blick über die Altstadt und über den Bodensee. Also das hat echt schon was, muss ich sagen. Es riecht klasse. Das ist Meersburg am Bodensee. 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 Neben mir parkt schon ein Schweizer Tesla. Und hier funktioniert es. Da braucht man wirklich nur eine beliebige RFID-Karte heranhalten. Ich habe meine Stromtankkarte von der SWB herangehalten und die Ladung startete sofort. So muss das sein. Hat wenigstens mal funktioniert. Das ist Meersburg die Zuchtkarte heranhalten. und schon wieder auf dem tripboot muss irgendwie eine sucht sein aber macht spaß diesmal sogar mit auf jeden fall genießen wir das leben weil die jugend tritt und wir alten herrschaften wir lassen uns kurz hier ja ich habe jetzt leider mein datenvolumen für mein lte vertrag für diesen monat schon aufgebraucht und deswegen ist es total langsam und ich habe jetzt hier die app echarge geladen und ich weiß nicht kann das erkennen er sagt mir keine ladestation in ihrer nähe gefunden bitte suchen sie aus der karte also die ladestation die hier steht die man mit der app echarge benutzen soll die steht auf der echarge app nicht mal eingezeichnet ich glaube das kann man schlecht erkennen hier aber hier bin ich und da ist keine ladesäule eingezeichnet also was ist das für ein scheiß ich werde jetzt mal bei der hotline anrufen ja kann ich ihnen sagen das ist die säule bd also bertha dora 68 44 7 und dann werden sie die säule auch filmen dann können sie auch über die app freischalten das probiere ich mal aus leider ist mein lte tarif schon abgelaufen das heißt ich surfe hier mit sehr sehr niedriger bandbreite ich zahle jetzt mit paypal ja ich muss mich bei paypal erstmal einloggen ich hoffe dass ich einhändig mein passwort richtig eingegeben habe er loggt sich ein alles erzählt wenn man kein vernünftiges datenvolumen hat ja paypal startet sich nicht also er dreht sich hier ein wolf weil mein datenvolumen nicht ausreicht wahrscheinlich ok sie haben ihr bestes gegeben sind sie noch da ich glaube sie ist rausgeflogen auf jeden fall kann ich nicht laden weil paypal sich nicht öffnet also das ist wieder so ein typischer fall von ja nicht wirklich praktikabel so was will niemand wir haben hier in deutschland das schlechteste handynetz der welt das ist doch bekannt wenn man nur mit einer app so ein ding freischalten kann nicht mal mit einer erfid karte also beides ist ja ok aber nur eine app das ist von vornherein zum scheitern verurteil weil solche fälle wie bei mir ohne datenvolumen gibt es doch ständig oder du hast kein netz oder sonst irgendwas also ja ich muss jetzt zum glück nicht laden ich habe noch einen halb vollen akku nur ich hätte hier gerne geladen weil ich sowieso hier parke weil wir gerade in zeppelin museum geben wollen ja alles klar wir gehen jetzt ins museum so wir betreten jetzt die hintenburg aber das ganze design ist einfach richtig geil muss ich sagen wenn es mit 30er jahre aber könnte es heute so ein schiff oder irgendwie so eine lounge bauen und wenn du dieses design macht dann ist das total state of the art so so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir waren gerade im Zeppelin Museum, war übrigens sehr sehenswert, sehr interessant und komischerweise gucke ich gerade auf meine Tesla App und weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also obwohl ich die Ladung per Paypal nicht freischalten konnte, lädt das Ding mit 11 kW. Ich bin mit 48% hier angekommen, jetzt habe ich 64%. Ja, warum auch immer der angefangen hat zu laden. Ob die Dame der Service Hotline mich dann doch freigeschaltet hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, meine Zahlung per Paypal konnte ich nicht abschließen. Bin mal gespannt, ob ich eine Rechnung kriege. Keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt hier nochmal in Meersburg an einer weiteren Schnellladesäule sogar. Die befindet sich auch in der zentralen Innenstadt. Und die hat auch einen Triple Charger, wie gesagt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel AC wähle, habe ich mich jetzt gerade angeschlossen, und dann sage Start und dann Authentifizierung mit RFID-Karte wähle, und die dann dran halte, dann heißt es, keine Verbindung zum Server. Berechtigung kann nicht geprüft werden. Das heißt, die Ladung startet nicht. So, heute sind wir auf dem Weg zum Rheinfall in Schaffhausen allerdings. Ich hoffe, das wird kein Rheinfall, aber ich glaube, das wird ganz klasse. Ich habe mir da Fotos angesehen. Da wollte ich immer schon mal hin und da fahren wir heute hin. Das ist ungefähr eine Stunde von hier. Ich melde mich dann unterwegs oder zumindest oder spätestens dann, wenn wir da sind. So, wir sind jetzt hier in Schaffhausen. Und hier gibt es auf dem Parkplatz, direkt beim Rheinfall, so ein relativ, ja, fast schon so ein Ladepark, stehen drei AC-Säulen, 360 Grad heißen die. Jetzt kann man die sehen. Da. Bei denen konnte ich aber die Ladung nicht starten, weil meine Karten nicht akzeptiert wurden. Warum auch immer. Aber es gibt noch einen Triple Charger von GoFast, Energie, 360 Grad. Mit dem geht es mit AC, 11 kW und MeinGAU. Meine Stromtankkarte wollte er nicht nehmen. Und mit dem Schademo Adapter wollte er die Ladung nicht starten. Also er hat sie kurz gestartet, aber sofort abgebrochen. Könnte wieder mein Schademo Adapter sein. Der zickt ja manchmal rum. Wie gesagt, bei ANBW gestern ging es. Hier geht es wieder nicht. Ja, so ist es halt. Aber ich kann ja laden, gar kein Problem. Denn wir parken hier und meine Devise ist, immer wenn ich parke, dann lade ich. Wie gesagt, whoodm. Wie gesagt. Wie gesagt. Ich muss sagen, dass es wirklich beeindruckend gibt, diese Rheinfälle, habe ich mir gar nicht so imposant vorgestellt, muss ich sagen. Ein Getrose und was für Wassermassen darunter kommen, echt klasse. Jetzt machen wir hier kurz eine Rundfahrt. Dazu müssen wir hier erstmal mit einem roten Boot übersetzen, auf die andere Seite. Und von dort geht es dann mit den blauen Booten zu einer kleinen Rundfahrt. Da seht ihr hier schon so ein blaues Boot, also mit eines von diesen Dingern da werden wir dann drinsitzen. Und ich hoffe, der Hund sei ja nicht über die Reling. Naja, er war ja schon auf dem Tretboot, von daher ist er abgeherdelt. Da dauert aber nur eine Viertelstunde die Rundfahrt. Passt trotzdem auch ein Wein hier in der Schweiz. Wo bin ich denn gut, weil ich nie dringend so eine Krasse fahren kann. Ich kaufe der Krasse, auf den Tretboot, es ist zu kommen. Ja, ich kaufeierden so eine Rundfahrt. Ja. Ich kaufe, die Rundfahrt. Hier sind alle Rundfahrt. Musik 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 Das Schöne ist auch, dass man bei diesen heißen Temperaturen den Wagen per App immer vorklimatisieren kann. Das mache ich auch immer, weil sonst hältst du es echt nicht aus. Also wir sind irgendwo, jetzt hier zum Beispiel am Rheinfall, hier ist übrigens eine brütende Hitze und wahnsinnig schwül. Und fünf Minuten bevor wir zum Auto laufen, da schalte ich die Klimaanlage ein auf 19, 20 Grad. Und wenn wir das Auto erreichen, ist es wunderbar klimatisiert und auch für den Hund ist das dann nicht so eine brütende Hitzefalle. Und das ist eins dieser positiven Nebeneffekte. Vor allem wenn der Wagen am Strom hängt, dann zieht er sich den Strom auch noch aus der Säule und nicht aus dem Akku. Okay, das ist der Beweis. Es gibt sie, die Bürgermeister-Säule. Hier ist der Bürgermeister. Da ist die Säule. So, Schade, ich habe ihn wieder. Ich probiere es nochmal aus. Ich muss verrückt sein. So, machen wir das nochmal. Ein wenig feucht. Hoffentlich kriege ich kein Gewicht. Stecker steckt. Stromtankkarte. Überprüfung. Sie sind berechtigt. Es ist grün. Er zickt gar nicht rum. Also hier bei den MBW-Ladesäulen funktioniert der Schade-Adapter auf Anhieb. Und ich habe 43 kW. Wollen wir mal gucken. Nee, 40 kW im Moment. 40 kW. Okay, ich will jetzt hier nicht lange stehen. Ich wollte das nur ausprobieren und euch zeigen, dass es vielleicht auch mal gehen kann mit einer MBW-Säule. Bis jetzt hatte ich ja doch immer ein bisschen Pech damit. Und was mich total begeistert ist, dass die SWB-Stromtankkarte hier auch funktioniert. Also, geil. Ich bin jetzt hier nochmal in Überlingen im Parkhaus Stadtmitte. Die haben hier vier Ladeplätze, wo man Ökostrom kostenlos bekommt. Und ich habe mich jetzt hier angeschlossen, weil wir hier im Schatten stehen. Das ist unser letzter Tag. Wir gehen jetzt noch ein bisschen baden. Und weil das so heiß ist, fahren wir nämlich heute Nacht erst zurück. In der Dunkelheit, dann ist es kühler. Weil tagsüber, hier haben wir gerade 36 Grad und die Sonne brennt hinten rein in den Kofferraum. Trotz voll aufgedrehter Klimaanlage ist es halt für den Hund eigentlich unmöglich. Der kann da nicht den ganzen Tag in der Hitze sitzen, weil die Klimaanlage kommt bis ganz nach hinten in den Kofferraum irgendwie kaum hin. Und der Hund, der hat so eine Hitze da drin, das staut sich da. Deswegen fahren wir heute Nacht. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen hier an den Bodenseestrand und baden da. Und haben den Wagen jetzt hier im Schatten stehen. Heizt er sich nicht so auf. Und laden jetzt noch voll. Und heute Abend, wenn wir losfahren, ist der Wagen auf 100%. Also wir müssen jetzt eigentlich nur noch... Was haben wir denn gerade? Wir haben 57% im Akku. Und ich lade den jetzt auf 100% auf. Und dann düsen wir los, nehmen die Route über Stuttgart und machen dann das erste Mal in Leonberg Station. Und von dort melde ich mich dann wieder und wir sehen uns dann am Supercharger Leonberg. So, es ist jetzt 6 Uhr abends. Wir sind jetzt ungefähr noch eine Stunde vom Supercharger Leonberg entfernt. Wir sind vor 20 Minuten losgefahren und werden so rund 9 Stunden brauchen. Das heißt, wenn alles gut läuft, sind wir um die 3 Uhr morgens in Bremen. Und dann seht ihr das, diesen Schatten da mit dem hellen Streifen von den Leitplanken von der tiefstehenden Sonne. Und das verwirrt den Autopiloten total. Der glaubt jetzt zum Beispiel, dass dieser helle Lichtstreifen eine Begrenzungslinie wäre. Und lenkt den Wagen extrem weit nach rechts, weil die Spur angeblich so schmal ist. Also, das ist wirklich noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial hier. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Leonberg ist einer der größten Supercharger in Deutschland. Wir haben jetzt 20 Stalls, das ist ungefähr so groß wie in Bregenz. Aber wir haben hier keine Lounge. Stattdessen den üblichen Chemiker. Puh, also man muss sich echt anstrengen. Also wir haben jetzt hier 25 Minuten gestanden. Das hat gerade so gereicht, damit der Hund sein Fresschen bekommt. Damit Papa sein Fresschen bekommt. Wir waren einmal auf dem Klo und jetzt wird der Hund wieder reingeladen. Und jetzt habe ich 80 Prozent. Und wir fahren sofort weiter. Also, das war echt eine Hetzerei hier am Supercharger. Wer da noch sagt, ihn nervt das wegen der Wartezeit, der hat es echt noch nicht erlebt. Tut mir leid. Wir versuchen hier gerade zwischen Stuttgart und Würzburg auf der Autobahn ein Hörbuch über Spotify zu hören. Und echt ein Drittel der Zeit haben wir hier kein Netz. Maximal Edge. Und man hört nichts mehr. So viel zum Thema. Deutschland hat das schlechteste Handynetz. Hier ist wieder mal der Beweis. Jetzt ist es wieder mal der Beweis. Also nachts zu fahren ist ja irgendwie doch auch kein Zuperschlecken, also die LKWs hier auf der Strecke, auf der A7, also nicht nur auf der A7, die rasen wie die Bekloppten. Ich glaube, an die Geschwindigkeitsbeschränkten halten die sich nicht und schon gar nicht an Überholverbote. Es wird nur überholt ohne Ende, was geht und überall ist quasi für LKW Überholverbot, da hält sich kein Schwein dran. Also wenn man da mal mit einer Patrouille hier die Strecke fahren würde, man könnte jeden dritten LKW rauswinken. Und eine Masse an LKWs, es gibt fast keine PKW auf der linken Spur, nur LKWs ohne Ende, eine riesen Kolonne und man hört es auch so ein bisschen hier, man sieht, was hier los ist. Finde ich schon erschreckend, ich fahre ja so selten so nachts, von daher kriege ich das immer nicht mit. Ich denke, nachts ist irgendwie Ruhe und die LKWs stehen auf den Parkplätzen, müssen ihre Ruhezeiten einhalten, aber irgendwie nicht hier. Wir sind in Rüden. Es ist jetzt Viertel nach eins und wir laden jetzt hier glaube ich noch eine halbe Stunde. Die Prognose sieht vor vom Navi, dass wir um drei Uhr zu Hause ankommen. Das deckt sich wirklich auf die Minute mit der Vorhersage von der Better Route Planner. Das wäre richtig klasse und wenn es so kommt, dann haben wir eine Fahrzeit von neuneinhalb Stunden oder neun Stunden 20 Minuten genau und davon sind acht Stunden reine Fahrzeit und eine Stunde 20 Minuten Ladezeit. Das ist ein super guter Wert, weil wir hätten die Pausen sowieso gemacht wegen dem Hund. Denn der ist relativ fertig, wir natürlich auch. Nachtfahren macht irgendwie keinen Spaß. So, letzte Etappe auf zum Endspurt. Das ist gut. Das ist gut. und meine ich klasse. Untertitelung des ZDF, 2020